Hallihallo! Zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Kurz zu organisatorischen Sachen. Und zwar habe ich in der letzten Aufnahme, diese fünf Folgen, die jetzt kamen, habe ich die Musik, die im Hintergrund gelaufen ist, nach der Aufnahme extra eingefügt, also manuell. Und jetzt habe ich mir mal eine Playlist erstellt, die ich jetzt während der Aufnahme laufen lasse. Und ja, dann ist das alles nicht mehr ganz so umständlich, bis ich da in der Bearbeitung die ganzen Sachen eingefügt habe und so. Genau, gucken wir uns das einfach mal an, wie die Playlist denn jetzt so funktioniert. Und ich starte sie mal. Okay. Ja, das passt jetzt nicht so unbedingt. Ich mache mal das Nächste. Ja, das ist doch schon eher was. Okay, und guck mal, hier ist auch Weizen fertig. Das nehmen wir gleich mal mit. So. Zack. Gut, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn das letzte Mal gemacht. Genau, hier haben wir die Unterwasser-Dingsens zugemacht, diesen Minisee, der da war. Hm, und da hinten. Da bin ich ja noch ein bisschen unzufrieden mit. Ähm... Wie machen wir das denn am blödsten? Ich hoffe, die Musik passt von der Lautstärke her. Ich kann die jetzt auch nicht mehr unbedingt leiser machen. Die ist schon auf der kleinsten Lautstärke, die geht. Ähm... Äh, mache ich das dann in der Nachbearbeitung mal, wenn das funktioniert. Oh, guck mal, was da schwimmt. Machen wir doch gleich mal kaputt, oder? Oh, das sind so viele. Das ist sehr gut. Yeah. Dann können wir auch irgendwann mal ein bisschen was färben. So. Schwupps. Hupp. Okay, dann machen wir doch mal das Zeugsnis da wieder weg. Das gefällt mir gar nicht. Und ich hätte gesagt, wir sind ja jetzt auch schon mehr oder weniger relativ gut ausgerüstet, dass wir uns demnächst mal in so eine Höhle begeben. Und uns da mal ein bisschen umgucken. So. Aber erst mal reißen wir das Zeug hier wieder weg. So. Mal gucken, ob wir die Schaufel noch gar kaputt bekommen. Ich glaube, fast nicht. Nein. Mist. Hm. Hüpf, 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 hüpf. Hopp, 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 hopp. So. Jetzt müsste es doch gar gehen, oder? Na komm, geh weg. Nein, immer noch nicht. Hm. Wim schon. So, jetzt. Nein, falsch. Jetzt aber. Na gut. So. Und wieder runter. Ach, ist das heute wieder ein schöner Tag. So schöne Musik dazu. Also, das gefällt mir schon gleich viel besser. Hm, 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 hm. Ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ich die Playlist selber nicht so gut kenne. Also, die Tracks da drauf sind alle recht neu. Ja. Und check. Essen wir erst mal ein paar Äpfelchen. So. Ach, das Hühnchen ist auch noch da. Guten Tag, Hühnchen. So, was haben wir denn in der Kiste? Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ein paar Eier sind auch nicht so. Wir können eigentlich noch ein paar Hühnchen dazu machen. Ups. Oh, ja, kleines Hühnchen. So. Kürbisse. Aha, aha. Hm, das nehmen wir mal rein. Hm. Die Axt können wir eigentlich auch mal weglegen. Ein Eisen haben wir noch. Okay. Hm. Dann hätte ich gesagt, machen wir uns da mal eine Eisenschaufel draus. So. Ein Sand. Na toll. Ähm. Das ist ja echt schlimm. Das muss man da auch mitsingen bei den Liedern. Oh je, oh je. Okay. Hä? Wird es schon dunkel? Ach, nö. Na gut, dann gehen wir morgen los und suchen uns eine Höhle. Okay, dann können wir mal ein Brot machen. Hey, ein Brot. So, und die Farbe nehmen wir auch noch in die Kiste rein. Ja, aus Leder könnten wir uns theoretisch... Ach nee, können wir gar nicht. Oh, wir bräuchten vier Leder dazu. Hm. Na gut. Okay. Ich wollte mir gerade eine Rüstung machen, aber mit viel Leder wird es ja noch nicht so viel. Oh, blöd. Okay. So, können wir denn schon schlafen? Ja. Sehr schön. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. So, ihr Hühnchen. Ihr produziert mir mal schön Eier da drin. So, Monster dürften noch nicht gespawnt sein. Nein, schaut nicht so aus. Ja gut, dann machen wir uns mal auf die Suche nach einer Höhle, wo wir ein paar Rohstoffe herbekommen. Weil mit diesen ganzen Steinen Sachen ist ja auch doof die ganze Zeit. Hm, wo wird da wohl eine... Ach nee, wir hatten doch, ich erinnere mich, hatten wir doch, wie wir, ähm, hierher gefunden haben, war doch da hinten irgendwo, ähm, ja, da war doch so ein Riesenspalt und so. Da hinten bei den, bei den grünen Wiesen, ups, bei den Schäfchen irgendwo um die Ecke, war irgendwo ein Spalt. Hm, da hatte ich mich nicht so gefreut, aber jetzt wäre es natürlich ganz interessant, sich darunter zu graben. So, wo war das Ganze denn? Hier schon? Nee, oder? Doch. Ah, mit Lava, okay. Ja gut, dann... Hm, wie kommen wir denn da denn am blödsten runter? Okay, ich hätte gesagt, ich fahre einfach mal an, hier rein zu graben. Nein, lieber nicht, okay. Tolle Sache. Hm. Ach, wisst ihr was? Wir machen es uns ganz easy. Check. Und hüpfen da einfach mal rein. Hier hüpft. Ui, Wasserfahrstuhl. Und diesmal ist er nicht kaputt. Yeah. So. Gleich mal ein paar Fackeln. Oh, wie süß die Fledermaus. Okay, ich habe schon Eisen gesehen. Boah. Mit dem Shader sieht das schon ziemlich geil aus. Guckt mal, wie neblig das da hinten ist. Hallo? Okay, noch mehr Wasser. Das stört mich jetzt allerdings schon ein wenig. Hallo? Nein. So. Okay, okay. Oh, ich habe da was gesehen. Hallo, mein Großer. Na? Ja, ist ja gut. 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 So. Den hier hätte ich auch mal gerne zugemacht. Äh, wo kommt denn das Wasser her? Wasser, wo kommst du her? So. Okay, da hinten ist nochmal Wasser. Und ich höre Lava. Oh, da ist Eisen. Sehr schön. Aber wie es jeder gute, gute Mindshops-Spieler macht. Natürlich erstmal die ganzen Wasserflüsse hier stoppen. Ähm, ich sehe nichts. Hallo? So. Okay. Okay. Die Musik ist total passend für eine Hülle. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Hm. Nein, das war falsch. Ja, komm. Ja, komm. So, schon besser. Können wir uns gleich mal ein bisschen Gravel mitnehmen. Ach, hallo Hühnchen. Was ist denn los hier? Was denn? Was denn? Ist doch gut. Alles gut. Alles gut. Na, komm. So. Und, ähm, ja. Ich weiß jetzt, dass dieses Sonne durchscheinen, wenn man irgendwas abbaut, dass das mit dem Shader zu tun hat und dass man das theoretisch auch ausstellen könnte. Ja, bisher hatte ich noch nicht so richtig Lust dazu. Mal gucken. Vielleicht mache ich es irgendwann mal aus, wenn es irgendjemanden stört. Aber, ja. Ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm. So, Kohle. Nehme ich jetzt mal nur ein bisschen mit. Da oben ist noch Eisen. Uh, und hier auch. Eisen, 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 Eisen. Eisen. Und dahinter Kohle. Die lasse ich aber stecken. Ups, Mist. Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Okay. Äh, hier wieder hoch. So. Okay. Haben wir denn, ja, wir haben ein Koppel dabei. Dann machen wir den hier mal so ein bisschen als Eingrenzung. So. Sehr schön. Uh, da ist auch wieder Eisen. Hm, also bisher ist diese Schlucht ja noch nicht so ergiebig. Ich hatte ja gehofft, dass hier vielleicht ein paar Gänge abgehen. Hm. Sollen wir jetzt mal ein Eimer Lava mitnehmen? Ne, ne? Nein. Hilfe, Hilfe. Weg mit dir. Ist ja gut. Beruhig dich wieder. Ja. Hast du es jetzt? So, weg mit dir. Ja, Lava sollte man nicht unterschätzen. Ja. Komm. Boah, gut. Hm. Das wäre jetzt natürlich schon cool gewesen, wenn hier ein paar Gänge wären, gewesen wären. So, wo warst du hier? Aber nein, jetzt haben wir hier nur so minimal ein bisschen was. Das finde ich ja doof. Müssen wir uns doch nochmal eine richtige Höhle suchen. Gut, dann nehme ich jetzt mal hier was mit. Schubi-di-du-di-du. Ja, schönes Lied. Ist jetzt zwar nicht unbedingt Höhlenstimmung. Das ist schon eher. Ja. Okay. Ihr könnt mir ruhig Bescheid sagen, ob ihr manche Leder hier daraus erkennt oder nicht. Ich habe schon darauf geachtet, dass auch ein paar bekanntere dabei sind. Musik 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 Amen. Und da es Nacht wird, gehen wir mal ganz schnell wieder nach Hause. Oh, das wird aber schnell dunkel. Los, rennen! Oh, ich sehe schon Skelette. Nein! Nein! Schnell! Ab in die Hütte! Ja, und schlafen. Ja, und schlafen. Und da ist ein Schlafen. Ja, und schlafen. Ja, und schlafen. Ja, und schlafen. Vielen Dank.